Okay. Wahrscheinlich am Computer. Ah, Terminal hier. Mal sehen, mal sehen. Hier, wieder für die, die es durchlesen wollen. Ja, ja. Ach, habe ich den Zugangscode gefunden. Ah, hier. Keine Sorge. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Scheiße. 1, 7, 0, 3. Gut. Kennt ihr das noch? Da haben diese, so ein paar Leute haben wir mal in der Schule so, wenn sie nervös waren. Das hat so genervt. Einfach. Ich gebe es schon zu. Ich habe es auch ab und zu gemacht. Aber, ja. Okay. Okay, was liegt hier? Benutzte Kondome. Ach nein, ist nur ein Pokerchip. Was denke ich hier denn schon wieder? Und, ja. Ich versuche das alles nur zu machen, um hier nicht rauszumessen. Aber, ich muss hier raus. Okay, wo könnte ich mich verstecken? Wo könnte ich mich verstecken, wenn das jetzt kommt? Unter dem Tisch könnte ich mich verstecken. Gut. Okay, hier hinten muss ich hin. Das heißt, ist die offen? Nein, hier ist nicht offen. Und ich weiß auch schon, wer das Alien angelockt hat. Dieser schlaue Typ. Okay, geht runter. Das war dieser schlaue Typ, der hier so unbedingt zu laut sein musste. Ich beachte mich gar nicht, also. Ich muss mich hier gar nicht beachten, hier. Sieht aber auch schon geil aus, hier. Das Alien. Also, nicht diese Art von Geilheit. Ja, ja, geil. Oh, 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 ja. Ja, dieses, hm, ja, geiles Design und so. Ja, ich höre es doch. Wobei, ein paar Leute würden auch schon zu ihrer Freundin oder Frau sagen, hm, ja, ja, geiles Design. Oh, oh, da hinten. Da sehe ich es doch. Okay, jetzt kommt es raus. Geht es hier runter. Wir spielen hier ein bisschen auf Sicherheit, nicht? Okay, jetzt geht es hier rüber. Ähm, was ist da drüben? Nicht? Muss man ja hier immer so planen, seine nächsten Schritte. Okay, wir sind jetzt hier. Dann müssen wir hier runter. Das Alien war da oben und ist da hin, nicht? Was gehen wir hier? Geht es hier? Ah, geh da runter. Boah. Oh, Gott. Kannst mich doch nicht so einen Schrecken einjagen. Okay, da hinten. Jetzt kommt es. Aha. Wusste ich es doch, dass es in dem Raum da drin ist. Oh, nein, hat mich nicht... Hat es mich gesehen? Ich hoffe, es hat schlechte Augen. Okay, jetzt ist... Jetzt ist er rausgekommen. Wir bleiben hier unten. Es kann meine Angst witteren. Hm, netter Schwanz. Also, der... Ihr wisst, was ich meine. Okay? Nicht der... Sondern der Tierschwanz. Boah, das klingt nachfalscher. Kann ich hier irgendwie um die Ecken lügen? Boah, jetzt verschwinde! Drehst du hier jetzt deine Runden oder was? Okay. Na, verdammt. Äh, wie ging das? Kuh? Ja, Kuh war es. Ähm, was haben wir hier? Geräuschemacher. Ach, können wir hier basteln. Okay, dann haben wir einen Geräuschemacher. Ich würde jetzt gern... Schauen wir mal. Okay. Okay, ich sehe das Alien hier gerade nicht so. Aber ich höre es die ganze Zeit. Herumstampfen. Das ist in dem Raum da vorn. Genau. Da habe ich doch gerade die Tür auf. Genau, jetzt ist sie in den Raum. Okay. Kannst du da bitte mal weggehen? Danke. Und jetzt rechts, nicht links. Nicht links, rechts. Genau. Bist du rechts? Ja, du bist rechts gegangen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal das Risiko ein. Okay, halt. Äh, was war der Zugangscode? 1, 7, 0, 3. 1, 7, 0, 3. Ja, mach. Nein. Ah, pappappappappapp. Es hat uns, 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 ja, 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 es hat uns. hallo ja das war's okay das heißt erneutversuchung von wo jetzt ach komm schon okay da können jetzt zum glück ein bisschen schneller durch so hier karte das wäre vielleicht auch mal hilfreich hat es den speicherpunkt gegeben würde ich schon gerne speichern dahinten weil ich will jetzt nicht hier immer den weg gehen so machst du mir weiter ach so dass sie hier selbst machen selbst bedienung ist hier ja 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 hier falsch ja 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 kenne ich schon alles gut dann hier ein bisschen hacken stellen wir das hacken dann später so stressig vor wenn dir das alien im rücken sitzt es ist dann schlimm okay zuerst nein ich kann hier nirgends speichern warum kann ich nirgends speichern ja ja der zugangscode kenne ich schon kenne ich schon alles die karte haben sieht auch nicht anders aus okay wir können hier da ist die tür da müssen wir gehen einfach mal da gehen wir zuerst mal unter das bett und warten wieder bis das alien hier vorbei ist ja ja kenne ich schon kenne ich schon kenne ich schon kenne ich schon wenn es jetzt müssen wir wirklich den geräuschemacher ansetzen wird das alien verschwindet ja 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 dramatisch und so ok dann bitte weitergehen danke ok dann gehen wir hier runter mal sehen ist das jetzt da wo da da kommt jetzt höre es doch hat so schlimm 1702 oder code oder 1702 zwar sieht zwar aus wie ein 7 aber ja kann ja nicht alles haben im leben und schönschrift ist zurzeit wirklich unser geringstes problem ok jetzt ist er da hinten hin jetzt schnell schnell rein ok ok das war gut dass wir hier rein sind weil jetzt kommt er hier von links hä hä achso nein da aber hä teleportiert er sich herum ich mein wie willst du sonst hier wie will der sonst von da rechts jetzt auf einmal hier sein ich mein wenn der sich herum teleportiert dann finde ich würde ich das jetzt ganz schön fies finden weil wenn der sich herum teleportiert dann würde ich ja 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 ok hier geht er gerade vorbei gut jetzt geht er wieder in den raum da glaube ich bisschen leiser bitte dann 702 sagte der es da da ist er da ist er da ist er da ist er up 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 das wollte ich nicht nein 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 poisonous geht er geh da gehst du doch bitte weg Ramplay Okay. Nein, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Schön. Und wir können ja uns auch nicht unter dem Tisch verstecken. Das ist vor allem... Der kommt jetzt hier rein. Der kommt so fix hier rein. Ich muss jetzt nicht sagen, dass der hier vor der Tür patrouilliert. Ich mein, jetzt komm da rein. Jetzt komm da rein. Da hinten ist er. Da hinten. Nein, bitte wieder raus. Hier gibt es nichts mehr zu sehen für dich. Nein. Nein. Ja. Ja. Brav, brav, brav. Brav. Sag jetzt nicht, du gehst hier wieder zurück. Hey, ernst. Kannst du das bitte lassen? Das wird auf Dauer etwas... Ich möchte jetzt nicht sagen, langweilig, aber wenn du hier ständig im Nacken klebst... So, ich geh jetzt mal in den Spinter. So. Dann bin ich hier besser versteckt. Okay. Okay, ich höre ihn. Ich höre auch, wie sich er entfernt. Jetzt ist er da drüben. Okay. Gut. Dann. Kannst du das bitte lassen, dass du hier ständig herum gehst? Es ist morgen. Die Sonne steht hoch am Himmel über Ihnen. Ja. Nacht wird sie untergehen. Es folgen Sonnenuntergang. Nacht, dann Sonnenaufgang. Der Kreislauf... Wir sind hier wahrscheinlich sau unsicher. Nacht wird zu Tag. Wie fühlt es sich? Hört er eigentlich das Piepen? Okay. Ach, wir haben hier in dem Safe noch gar kein Geräuschemacher gemacht. Ähm, schnell machen. Okay. Okay. Jetzt können wir den weglocken. Oh, jetzt kommt er da raus. Danke und Tschüss. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Huuuuh!